Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu Hot Lab. Ihr habt euch entschieden und wir fahren mit McLaren natürlich in Brasilien. Es wird ein mega spannendes Rennen heute, aber wir gucken uns hier mal die Winkelchen an der Strecke in Sao Paulo. Ein wunderschöner Kurs, der den Brasilien Grand Prix gibt schon seit 1973. Alain Brust hat hier sechs Mal gewonnen, aber auch Ayrton Senna mit sechs Pole Positions ist es natürlich auch ein Volksselt hier. Immer noch nach wie vor, der Hype ist nicht abgerissen, auch 20 Jahre nach seinem Tod. 4.309 Meter hat eine Runde, 15 Kurven, sehr linkslastig. Wir haben fünf rechts und zehn rechts und natürlich 71 Runden werden heute gefahren, die wahrscheinlich spannend werden und eine Aufholjagd beinhalten. Das aber nach der Hot Lab. Wir haben hier nochmal den DS-Guide mit zwei DS-Zonen. Einmal nach Kurve 14 und einmal natürlich nach dem Sennais, beziehungsweise nach Kurve 3 und zwischen Kurve 3 und 4. Aber das gucken wir uns hier genau mal an. So, hier Kurve Nummer 12. Gute Hexte, die sind wichtig, aber dann geht es hier. Schlag auf, alles Vollgas bis Kurve 1. Da ist auch eine der besten Überholmöglichkeiten. Haben wir auch gestern den Sprint gesehen bei Hamilton. Der hat da auch einen mega Aufholjagd. Wie gesagt, da gehen wir später ran. Der ist, abonniert gerne den Channel jetzt schon mal. Für mehr, stimmt doch gerne auf TikTok für die nächste Hot Lab Hub, die vermutlich auch wieder in der nächsten Woche hier ist. Aber auch auf TikTok könnt ihr eine verkürzte Version sehen. Kurve Nummer 1. Genau, das Sennais. Natürlich auch das Aushängeschild der Strecke. Es geht hier Vollgas runter. Die Kurve 3 wird Vollgas geprettet. Man muss hier viel Schwung mitnehmen. Kurve 1 eher hinbleiben. Hier haben wir schon viele Crash gesehen. Gerade beim Start und auch viele. Unter anderem natürlich 2012 Vettel, der sich hier gedreht hat. Und dann einen mega Aufholjagd gestartet hat und auch natürlich Weltmeister geworden ist. Es gab hier viele Momente. Für mehr Momente könnt ihr auch gerne auf TikTok für die nächste Woche an. Itz-Ubi. Da habe ich auch unter anderem den kürzesten vom Leinz-Weltmeister aller Zeiten erwähnt. So, hier die zweite Diaries-Zone. Dann Kurve 4. Sehr tricky. Man muss hier echt ein bisschen korrigieren beim Rausbeschleunigen. Links leicht den Körper rühren. Rechts sind die Tracklimits echt gnadenlos. Habe ich selbst am Leib gespürt hier. Und dann Kurve 5. Da bin ich fast zu weit rausgekommen. Der Hinterreifen hat mich noch gerettet. Genau, hier. Wow. Weil der Hinterreifen Gott sei Dank ein bisschen breiter ist. Und dann hierauf die Kurve 6 und 7. Auch ein Highlight. Die fährt man Vollgas darauf. Und das ist echt cool. Also, das ist echt sehr, sehr spannend, die Kurve. Kurve 8. Sehr tricky. Kann man auch gut reinbremsen zum Überholen. Wenn man natürlich gegen ein schlechteres Auto fährt. Und dann die 9er. Eine langgezogene Links. Fast 180 Grad. Und das ist auch sehr cool. Also, die macht verdammt Spaß beim Rausbeschleunigen. Den Körper ein bisschen benutzen. Sonst wird das Auto sehr unruhig. Und dann die Kurve 10. Hier kam es mal zum Crash zwischen Hamilton und Albon. Der danach, ich glaube 2019 war das. Also, der wurde auch strafversetzt, Hamilton. Und das war echt hier eine spannende Szene. Da war auch ein sehr turbulentes Rennen. Und dann hier auch Kurve 11. Das ist eigentlich nur den Knick. Den nimmt man Vollgas mit. Und dann wird es spannend. Kurve 12. Wie vorhin gesagt. Eine wichtige Schlüsselkurve. Den Schwung musst du mitnehmen. Wenn du erst einmal eine schnelle Runde haben willst. Und natürlich auch ein gutes Überholmanöver. Am Runden in der ersten Kurve, sagen wir mal. Kurve 14. Genau. Die fährt man Vollgas. Dann geht es in die DRS. Okay. Nochmal hier die Ripley. Genau. Links anfangen. Rechts. Neige ich immer dazu, ein bisschen mit Graz zu fahren. Dann geht es in die DRS. Zone Nummer 1 eigentlich wieder. Und das war eine Runde hier in Sao Paulo. Eine sehr, sehr schöne Strecke. Schöne. Sehr, sehr schöne Strecke. Und wir beginnen mal ein bisschen mit dem Sprint, der das Wochenende ein bisschen durcheinander geht. Aber zuerst mal ging es neben der Strecke richtig ab. Am Qualifying-Freitag wurde bei Hamiltons DRS-System festgestellt, dass das DRS zu weit auf geht. Normalerweise darf es nur 85mm aufgehen und daraufhin, weil auch Verstappen nach dem Qualifying den Heckflügel von Hamilton berührt hat. Das darf man laut. Pack für mich nicht. Wurden beide verurteilt. Verstappen bekam eine 50.000 Euro Strafe von Hamilton. Wurde vom Qualifying disqualifiziert. Und dann kommen wir auch zur Aufholjagd. Der hat gestern vom letzten Platz starten müssen, weil er theoretisch dann keine Zeit hatte. Und hat dann eine Aufholjagd auf dem fünften Platz gemacht. Muss aber auch fünf Plätze zurück wegen der Verbrennungsmote. Startet deswegen von zehn. Bottas hat mit den Roten Ralfen gepokert gestern beim Sprint. Und hat gesiegt vor Verstappen. Und Sainz, der richtig, richtig gut gefahren ist, muss man nicht sagen. Der ist von sechs gestartet auf drei raufgezogen und hat Perez hinter sich gelassen. Ich denke, beim Starten wird es ein bisschen tricky werden. Sainz da vorne könnte einiges aufmischen. Und auch Leclerc Nori weit vorne. Hamilton wird natürlich auch Action liefern. Abonniert gerne den Channel für mehr. Und wenn das Rennen sehr spektakulär wird, kommt morgen in der Recap. Abonniert gerne. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Und auf TikTok habe ich auch eine kurze Hortler-Buch gebraucht. Würde mich echt freuen, falls ihr da vorbeischauen würdet. Und vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich später oder morgen. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Und allerdings in der Bio. Ciao. 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 Ciao.